Das liegt aber daran, weil beide Geschlechter eine unterschiedliche Paarungsstrategie haben und deswegen vermischen das alle, weil wir sind ja alle in dieser romantisierten Welt aufgewachsen, dass Männer und Frauen, wir sind füreinander geschaffen und wir müssen uns nur finden und dann lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Was wir ja so aus dem Fernsehen auch noch von früher kennen. Die Filme und die ganzen Sachen, die wir uns im Fernsehen angucken, die hören ja immer dann auf, wenn die Paare zusammenkommen. Die fangen ja nicht da an, wenn sie in der Beziehung schon drin sind. Genau, achso, warum ich immer auf Frauen draufgehe. Wie gesagt, erstens, weil ich natürlich so ein bisschen auf der Männerseite bin und Männer helfen möchte, aber zweitens, ich finde sehr selten Content von Männern, die irgendwas raushauen, wo du jetzt sagen könntest, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Außer es ist irgendwie so Comedy-mäßig. Also wenn Männer sich so einen Fuß raussetzen, auf die Straße setzen, um da ein bisschen Kritik zu üben, dann machen die es auf diese Comedy-Art und Weise. Dann geht es noch. Die, die dann so ein bisschen nicht diese Feinfühligkeit besitzen, die kannst du dann auch nicht so ernst nehmen, weil du dann weiß, ja, weiß ich nicht. Aber es gibt halt viel, viel mehr Content von Frauen, die halt rausgehen und dann halt sich darüber beschweren, dass es immer noch das Patriarchat gibt und dass sie unterdrückt werden, dass sie zu wenig Geld bekommen, dass Männer nicht akzeptieren, dass sie eine Vergangenheit haben, dass die Männer unsicher sind, keine Eier haben, wenn sie nicht akzeptieren, dass bla 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 bla. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier auf diesem Kanal. Heute mit Spiros von dem Kanal Mensch mit Wert. Vielleicht kennt ihr ihn auch eher unter dem Name, wer ihn jetzt schon kennt. Spiros setzt sich mit der Mann-Frau-Dynamik auseinander und hilft vor allem Männern im Dating-Leben, was ja vielleicht in den jetzigen Jahren doch etwas verwirrend, gerade für Männer sein könnte und hat sich auch intensiv mit der Red Pill auseinandergesetzt. Was das ist, wer das noch nicht kennt, darauf kommen wir heute nach. Hallo Spiros, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Okay, dann erzähl uns doch einfach mal als erstes, wie bist du auf das Thema Mann-Frau-Dynamik gekommen? Was war dein Weg dahin? Denn als wir uns kennengelernt haben, hattest du dich gerade mit Selbstwert auseinandergesetzt, glaube ich. Ja, mit Persönlichkeitsentwicklung. Das war eigentlich so mein, wie ich damit angefangen habe, wie ich mich durchmogeln wollte, weil ich nicht von Anfang an so in diese Dating-Coach-Schiene geschoben werden wollte. Übrigens, ich helfe nicht nur Männern, sondern auch Frauen. Also ich habe letztens mal geschaut, früher war es 70 Prozent, aber das liegt halt daran, weil am Anfang ich durch diese Persönlichkeitsentwicklung mehr Frauen angezogen habe. Mittlerweile ist es 50-50 auf Instagram. Es sind 50,5 sind Frauen und 49,5 sind Männer. Spannend. Also es gibt immer mehr Frauen, die sich zu der ganzen Entwicklungsschiene hingezogen fühlen, würde ich sagen. Ja, ja, also es gibt schon einige, viele Frauen, die mir fast täglich schreiben. Positives Feedback natürlich, nicht negatives. Die auch oft sagen, dass ich die Sachen sehr hart rüberbringe und es teilweise sehr wehtut, aber die dann dadurch ein besseres Verständnis halt für Männer halt bekommen im Endeffekt. Und mit hart rüberbringen ist jetzt wahrscheinlich die Thematik der Red Pill gemeint. Kannst du mal kurz erklären, was man sich darunter verstehen kann? Also du hast ja längere Erklärungsvideos dazu gemacht, aber wer das jetzt noch nie gehört hat, wie können... Genau, also nochmal, um deine erste Frage zu beantworten, wie ich von Thema A zu Thema B gekommen bin. Also meine Intention war, ich wollte schon immer mal was mit so Persönlichkeitsentwicklung, Dating machen, weil ich in den letzten fünf, sechs Jahren, also bevor ich angefangen habe, gemerkt habe, dass ich das einfach recht gut kann. Also ich kann sehr gut Situationen analysieren und den Leuten genau zeigen, wo die Problematiken jetzt halt da liegen. Also ich hatte einen Bekanntenkreis und einen Freundeskreis, immer wenn irgendwas war und die mich gefragt haben, ob es jetzt ein Mann oder Frau war, ist egal. Und ich dann halt was dazu gesagt habe, habe ich sehr oft dieses Feedback bekommen, boah krass, du bist richtig gut, dass du das alles siehst. Mach doch mal was damit. Und dann habe ich so jahrelang so ein bisschen vor mich hergeschoben. Mein Hauptjob war bis, also bis noch Ende des letzten Jahres war ja, ich komme so aus dem Fitnessbereich, also Trainer, als Fitnesstrainer. Und ich wollte aber dann irgendwann, kam mir so die Idee, ich will jetzt vielleicht mal was anderes machen, ein bisschen weiterkommen. Aber ich wollte halt nichts mehr mit so Fitness machen, weil das habe ich jetzt die letzten Jahre irgendwie durchgespielt. Ich habe auch eine Zeit lang so auf YouTube Fitnessvideos gemacht, also das habe ich hinter mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will mich irgendwie was anderes machen. Also ich bin schon immer so, dass ich sage, nur das, was ich jetzt mache, das ist irgendwie, ich will noch irgendwas anderes. So, und dann kam mir halt diese Idee, dass ich halt dann vielleicht mal so in die Richtung gehen sollte, weil es halt etwas ist, was mir Spaß macht, weil ich es in der Freizeit schon mache und mich auch in der Thematik einfach so für mich beschäftige. Und wie gesagt, weil ich es halt, weil ich so ein Händchen dafür habe. Und dann habe ich jetzt mal sehr lange überlegt, wie ich das machen soll. Ich dachte mir so, ja, ich meine, so eine Praxis auch machen kannst du ja nicht, ne, und einfach so rausgehen, du hast ja jetzt nichts, also nichts psychologisch Mäßiges studiert. Ja, und dann lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kam Corona. Und dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und in der Zeit habe ich sehr viel mir so YouTube-Videos angeschaut, auch so dann Red Pill aus den USA und diese ganzen Live-Shows, die die ja alle mittlerweile machen und recht bekannt sind. Und dann dachte ich mir irgendwann so, boah, das ist gut, das will ich auch so machen, ne, so live und so und damit Geld verdienen, das wäre voll toll. So, und dann kam der zweite Lockdown und dann war es so, dass ich acht Monate lang nichts gemacht habe. Dadurch, dass ich ja mein Fitness, dadurch, dass die Fitnessstudios zu waren, hatte ich auch keine Arbeit mehr und ich saß halt den ganzen Tag zu Hause. War in den ersten vier Wochen ganz cool, ne, so von morgens bis also wirklich so nichts machen, wirklich gar nichts und auch noch Geld dafür bekommen, also keine Extensängste zu haben. Irgendwann aber habe ich so ein bisschen dieses Gefühl bekommen, du musst was machen, irgendwas so. Das war so, da war so zum ersten Mal, wie ich so gemerkt habe, man sagt immer, Männer sind ja Leistungsobjekte und du musst immer irgendwas machen, sonst gehst du halt ein. Und dann, ich weiß nicht, es gab eine Situation, da bin ich wieder um sechs, also mein Tagesablauf war um vier, fünf ins Bett gehen, schlafen und um 15, 16 Uhr aufstehen, mit dem Hund rausgehen und da war der Tag schon wieder vorbei, ne, weil es ist ja so ein Abend und so weiter. So, und dann irgendwann, nachdem so ein paar Wochen vergangen waren und ich mich so ausgeruht hatte komplett, hatte ich so dieses Gefühl, so ey, irgendwie irgendwas in mir sagt, irgendwas musst du machen, so irgendwie. So, und dann dachte ich mir so, komm, du wolltest doch irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung machen, in diese Datingrichtung, fang mal an, damit wir so die nächsten Monate mal das starten können, endlich. Und es heißt hier immer, also warte nicht, bis du diese Idee hast, was du machen sollst und wie du es machen sollst, und es heißt immer so, mach einfach, wo ich dann jetzt im Nachhinein auch immer dem zustimmen muss, dass ich sagen muss, ja, stimmt. Also im Endeffekt, ich habe einfach gemacht und dadurch bin ich dann von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C gekommen und man entwickelt sich halt so mit der Zeit, ne. Also diese ganzen Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe mit so, okay, wie soll ich anfangen, ja, und wie sollen die Leute, ne. Also es ist so, ich habe dann angefangen zu machen und um deine Frage zu beantworten, ich hatte halt überlegt, wie will ich einsteigen und ich wollte jetzt aber nicht so in diese Datingrichtung gehen, weil es gibt ja schon viele so Datingcoaches und Pickup und sowas und das war jetzt nicht so das, was ich machen wollte. Und deswegen dachte ich mir so, okay, gehe ich mal das Thema ein bisschen anders an und gehe das mal so aus dieser Persönlichkeitsentwicklungs-, aus dieser Persönlichkeitsentwicklungssicht, also dass ich mich eher am Anfang so mit Sachen beschäftige wie Selbstwert oder ein bisschen so toxische Beziehungen und sowas, ne. Was ist so, wie erkennt man die und so weiter und so fort. Und dadurch, dass es halt Männer und Frauen anspricht, also beide Geschlechter, habe ich das offen gehalten, ne, dass ich das ja nicht so in eine Richtung gelenkt habe. Und deswegen, daher kommt dann auch der Name Mensch mit Wert, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt beide Geschlechter bezogen. Ja. Beide zwei Geschlechter bezogen. Richtig zu erwähnen. Um mal so einen kleinen Hakenschlag. So, weil es beide Geschlechter bezieht und deswegen war es halt noch so frei und dadurch hat es uns erst mal so entwickelt, dass hauptsächlich Frauen natürlich auf diesen Kanal gekommen sind, weil ich habe da halt gemerkt, Männer interessiert das Thema nicht so wirklich. Am Anfang, glaube ich, waren so 80 bis 90 Prozent nur Frauen. Und dann habe ich diese Kurve irgendwie so hinbekommen, so langsam, die halt in diese, also ich habe mich ein bisschen mehr mit Dating beschäftigt und dann habe ich die halt so ein bisschen, also es hat sich halt irgendwie so entwickelt, ne. Mit der Zeit so langsam habe ich die dann so an Red Pill rangeführt und dann bin ich halt da gelandet, wo ich bin. Und dadurch konnte ich eigentlich die Frauen, die vielleicht für was anderes auf meinen Channel gekommen sind, dann auch so langsam diese Thematiken ranführen, sodass ich es auch so ein bisschen einfühlsam verstehe. Und nicht, dass du es dann immer so, so sehr ins Gesicht klatschst, ne. Und die dann sagen so, ach, das ist jetzt ein bisschen zu hart ausgedrückt, ne. Und ja, von dem einen bin ich dann zum anderen gekommen und dadurch bin ich dann im Endeffekt dort gelandet, wo ich jetzt halt mittlerweile bin, beziehungsweise mache das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich hauptsächlich dieses Red Pill-Thema so ein bisschen den Männern in erster Linie näher zu bringen. So, und um deine Frage zu beantworten, was Red Pill ist. Red Pill ist, kommt am leichtsten zu erklären aus dem Film Matrix, kennen wir ja alle. Die rote Pille, die blaue Pille. Und es gibt es auch, glaube ich, auch in der Politik und in anderen Bereichen. Aber im Endeffekt heißt es nichts anderes, wie du schluckst die rote Pille und siehst dadurch einfach die Matrix. Also die Wahrheit sozusagen, die reale Welt. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Mann-Frau-Dynamik. Und bei der Red Pill, also die Red Pill ist eine sogenannte Praxiologie und es geht lediglich darum, durch Studien und Beobachtungen, Fakten und Logik und Punkte verbinden, die Wahrheit zu sehen. Das ist alles. Es geht nicht darum, jemandem Tipps oder Wege zu geben, wie er an ein bestimmtes Ziel kommt oder wie er sich verhalten soll. Und es geht lediglich darum, pass auf, zum Thema XY, hier haben wir die Fakten, legen wir auf den Tisch. Wir verbinden die Punkte, da ziehen wir bestimmte Rückschlüsse. Nimm das und mach jetzt, was du willst damit. Das ist Red Pill. Nichts anderes. Ich weiß, heutzutage vermischen, dass die Leute dann immer mit so anderen Themen wie Dating und, und, und. Oder wenn sie sagen so, ja, Red Pill-Coaches sagen bla bla. Dann denke ich immer so, nee. Ab dem Zeitpunkt, wo, also wenn ich jetzt eine Aussage treffe, dann hat das nichts mit Red Pill zu tun, sondern ich treffe sie aufgrund der Tatsachen, die mir Red Pill gezeigt hat. Und ich dann sage, für mich nehme ich daraus, also ich gucke mir das an und mein Rückschluss ist A, B, C und entsprechend verhalte ich mich. So wie sich jemand anderes jetzt verhält oder ob es jemand das auch so sieht oder er sagt, er kann das in seinem Leben integrieren oder nicht integrieren, das ist wieder was anderes. Ich verfolge, also Royal Tomasi ist ja so ein bisschen der Urvater sozusagen, der Red Pill, so mehr oder weniger, der es so ein bisschen bekannt gemacht hat. Er hätte dieses Buch The Rational Mail geschrieben. Und er zum Beispiel, was mir oft sehr auffällt in seinen Streams oder in seinen Podcasts, die er macht, er versucht es immer sehr oft zu vermeiden, den Leuten Ratschläge zu geben, wie sie sich verhalten sollten. Weil er sagt halt, was ich aber auch verstehe, jeder führt halt ein komplett anderes Leben und du kannst jemandem nicht sagen, okay, nur weil wir die Fakten haben, verhalte dich dann bitte so und so. Weil oft wird es nicht funktionieren. Deswegen, also so wie ich generell mit Frauen umgehe, wie ich Frauen kennenlerne, wie ich mich über Frauen verhalte, wird vielleicht für andere Männer nicht möglich sein. Aus verschiedenen Gründen. Manche werden es schwieriger haben, manche werden es leicht einfacher haben. Und da ist es immer sehr schwierig, denen zu sagen, okay, pass auf, weiß ich nicht, aufgrund von Tatsachen XY, date keine Frauen mit einem hohen Bodycount. Als Beispiel. Schwierig, wenn du jemanden hast, der generell keine Frauen datet und dann sich sagt, ja okay, dann date ich gar nichts, weil ich habe ja eh keine Option und so weiter und so fort. Deswegen geht es in der Red Pill lediglich immer um Bewusstsein. Also du sollst ein Bewusstsein bekommen für bestimmte Sachen und das war's. Das heißt nicht, dass du dich nicht auf gewisse Situationen einlassen sollst. Du kannst dich gerne auf all die Sachen einlassen, wo die Fakten dir auf dem Tisch sagen, schlechte Entscheidung. Aber solange du sagst, ich habe das Bewusstsein dafür, dass ich mich für etwas entschieden habe und mir sind die Konsequenzen bewusst, weil ich kenne, ich habe die Fakten gesehen, ich habe die Akte gesehen, ich weiß, dass der Kollege hier vorbestraft ist für Klauen. Schon fünfmal war er im Knast deswegen, aber ich stelle ihn trotzdem an. Mir ist aber bewusst, dass es vielleicht wieder passieren könnte. Und dann ist es in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn du sagst, ach, das ist doch Blödsinn. Und dann bist du beklaut und sagst, was, oh mein Gott, ich bin schockiert. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Deswegen, Red Pill hört da auf, wo es heißt, hier sind die Fakten, hier liegen sie auf dem Tisch. Wir haben daraus die Punkte zusammen verbunden, daraus ergeben sich folgende Resultate. Bitte schön, nimm es so mit, jetzt hast du das Wissen, mach jetzt, was du möchtest. Und was du jetzt daraus machst, das hat dann nichts mehr mit Red Pill zu tun. Okay, ich verstehe. Also eigentlich ist der Begriff Red Pill dann auf jede andere Thematik anwendbar und bedeutet einfach... Wahrheit. Genau, aufgrund von diesen Fakten, Logik und Studien, also Beobachtungen, hast du so einen Zusammenschnitt. Und das ist dann, ja, also man nennt es halt Wahrheit, das ist aber genau das, was dann die Red Pill dir nahe bringt sozusagen. Das war's. Ja, okay, ich verstehe. Ja, was ich, also den Ansatz finde ich so sehr richtig und gut, jetzt aus meiner Perspektive. Weil so die Realitätsbezogenheit ja oft, du hattest schon im Vorfeld, wo wir geredet haben, gesagt, wir sind in einer sehr romantisierten Welt aufgewachsen. Was Beziehungen betrifft, Filme enden dort, wo die wirkliche Beziehung anfängt. Also existiert so ein Bild gar nicht. Nur was ich dann manchmal eben kritisch sehe, wenn das aus so einer vorverurteilenden Sicht gemacht wird, so wie du das jetzt aufgeführt hast, ist das ja alles... Es gibt halt bestimmte Dispositionen, daraus kann man was ableiten und man verschließt jetzt nicht die Augen, wie jemand sein könnte, möglicherweise, sondern hat die Punkte verbunden, so wie du es gesagt hast. Ich finde es dann immer schwierig, wenn es ins Vorverurteilen reingeht. Ja, aber dann hat nichts mehr mit dieser Red Pill zu tun, weil dann wird es zusammen vermischt mit Moral, persönlichen Gefühlen, Ansichten, Emotionen, Meinung oder irgendeine Relativität. Und das hat nichts mit der Realität zu tun. Also wenn du sagst, ich vorverurteile oder ich bewerte das. Also es gibt da in der Regel keine Bewertung. Die Menschen, die das dann hören, bewerten es dann und dann ist es wieder was anderes. Dann ist es wieder was Persönliches, dann ist es wieder eine persönliche Meinung oder eine Moral oder irgendeine Ansicht, die du dann für dich daraus erschließt. Einfaches Beispiel, Thema Abtreibung. In der Red Pill heißt es, Abtreibung ist für Frauen nichts anderes wie ein Failsafe-Mechanismus. Also sprich, die Frauen haben die Möglichkeit, wenn sie eine falsche Reproduktionswahl treffen, zu sagen, Reset, mach das bitte wieder weg. Ich gehe wieder zurück an den Anfang. Vorverurteilungsfrei gesagt, also nicht bewertet. Das heißt, weder das ist was Gutes noch was Schlechtes ist. Jetzt könntest du sagen, das ist was Gutes oder du könntest auch sagen, das ist was Schlechtes. Also du könntest deine eigenen Gefühle jetzt da reinbringen oder deine Moral oder Emotionen und sagen, ja, ich finde das nicht gut, dass es so genannt wird und so weiter und so fort. Aber es ändert ja nichts an den Fakt. Ja, das stimmt. Und deswegen auch oft, wenn mir Leute dann schreiben, ja, aber so und so und so zu bestimmten Sachen, dann sage ich halt, ja, es ist egal, es ist wie es ist, fertig, aus. Ob es schlecht oder gut ist, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, deswegen ist das gut. Es ist, das ist die Red Pill, es ist halt einfach so, fertig, aus. Wenn du das jetzt bewertest, dann hat das aber nichts wieder mit Red Pill zu tun. Aber klar, natürlich, die Leute tun das halt natürlich dann, vor allem, wenn sie sich halt nicht damit beschäftigt haben, tun das halt dann in so eine Schublade stecken und sagen, ja gut, okay, hier, der Typ macht Red Pill, ja, und dann so Red Pill Dating Coach oder sonst irgendwas, die labern dann oder sonst irgendwas. Aber das hat dann nichts mit Red Pill zu tun, sondern eigentlich müsste es heißen, der Typ, der Typ X oder der Influencer X hat dann gesagt, was auch immer er gesagt hat und hat weniger was mit diesem Red Pill, weil man versucht es dann auch einfach auch in so eine Ideologierichtung zu schieben, was es ja nicht ist. Es ist, wie gesagt, es hört auf mit dem, da ist das, bewertungsfrei, es ist, wie es ist, fertig. Ja, ist nachvollziehbar. Wie hat dir das Wissen so in deinem eigenen Leben geholfen? Also hattest du Schwierigkeiten, auf Frauen zuzugehen? Ich kann mir das kaum vorstellen. Oder du hattest, glaube ich, auch mal gesagt, dass du da jetzt nicht so die Schwierigkeiten hast, Menschen anzusprechen? Ja, also mir hat es in erster Linie geholfen, weil ich ein Verständnis dafür bekommen habe, warum gewisse Sachen funktionieren, wie sie funktionieren. Klar, natürlich am Ende des Tages, niemand fängt nur zum Spaß sich an, mit irgendeinem Thema zu beschäftigen, sondern klar, es gibt immer einen gewissen Punkt, wo du sagst, da ecke ich so ein bisschen an oder komme ich nicht weiter. Will ich mich mal ganz kurz ein bisschen umschauen, was es da so gibt. Und ich bin da auch ganz zufällig, also ich bin eigentlich übers Pickup da reingekommen. Das heißt, am Anfang habe ich auch ganz zufällig von irgendjemandem ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Nicht, weil ich danach gesucht habe, sondern irgendwie hat sich das ergeben. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Das habe ich dann gelesen. Ich fand es dann super faszinierend, weil ich mir dachte, es war auch das erste Buch in meinem ganzen Leben, was ich verschlungen habe. Also wirklich, ich hasse Lesen. Also Lesen ist so, ich kann mich null konzentrieren. Es gab so eine Zeit lang, wo ich Bücher lesen wollte, aber ich hatte mir, ich glaube, fünf oder zehn Bücher gekauft und ich habe nicht eins aufgeschlagen. Ich habe eins mit Ach und Krach noch so irgendwie gelesen, weil es ist grauenvoll. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Moment, es gibt ja Hörbücher. Und somit habe ich es dann geschafft, sehr viele Bücher zu lesen, also zu hören sozusagen, wenn ich dann immer unterwegs bin und so. Weil dieses Hinhocken und Lesen, das hat null funktioniert. Also ich habe dann wieder auch alle Bücher verkauft, weil ich dachte so, das werde ich niemals lesen. Und das habe ich verschlungen, aber das habe ich nicht verschlungen, weil ich in erster Linie, wie gesagt, Probleme hatte und mir gesagt habe, okay, auf das stehen Frauen, sondern weil viele Sachen aus meiner Vergangenheit auf einmal Sinn gemacht haben. Also wo ich gesagt habe, so, ach, deswegen funktioniert, ach, deswegen verhalten sie sich so, ach, deswegen passiert das und das. Ach, deswegen werde ich abgelehnt oder ach, deswegen laufen sie mir die ganze Zeit hinterher. Das war so ein bisschen mein Aha-Moment, wo ich dachte, ah, krass, okay, jetzt verstehe ich das. Das ist genau dieser Moment, wo du sagst, ich weiß, dass etwas funktioniert, aber ich weiß nicht, warum. Ich schätze oder irgendwas rede ich mir ein, dass es irgendwie ist, aber dann kommt jemand und sagt dir, ey, pass auf, aufgrund von Tatsache A, B und C kommt dann das Verhalten, das Verhalten, das kommt daher, weil so und so. Und dann denkst du dir so, ach, jetzt macht es voll Sinn. Okay. Stimmt 100 Prozent mit all den Erfahrungen, die ich jetzt erstmal gemacht habe, überein. Dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil Pickup ist auch sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Das hat sehr wenig zu tun mit diesem, wie lege ich jetzt eine Frau flach, sondern es hat eher ein bisschen, also, es hat viel mehr damit zu tun, wie du dich als Mann entwickelst. Und der Teil hat mich halt sehr interessiert. Vor allem, was das Thema angeht, dieses so, nicht auf die Fresse fallen. Das war, wenn, also, dass du merkst, dass jemand kein Interesse hat, wie du davon wegkommst und so weiter und so fort. Das war so eher das, wo ich mir dachte, da möchte ich besser werden. Das möchte ich verhindern. Da möchte ich einfach so ein bisschen mein Game, in Anführungsstrichen, perfektionieren sozusagen. So, und dann, irgendwann bin ich durch Zufall, ich hatte zwar von The Rational Mail oft gehört, dem Buch. Ich hatte auch schon mal die Aussage gehört, man sollte aufpassen und sich überlegen, ob man das Buch lesen möchte oder nicht, weil danach deine Weltanschauung komplett anders sein wird. Ich dachte mir, beim ersten Mal dachte ich mir, was ist das für ein Blödsinn. Lass dich mal lieber weg. Und dann bin ich in der Corona-Zeit durch Zufall auf die Streams von Rolo Tomasi gestoßen, weil er hat ja auf YouTube einen Kanal und er macht auch Livestreams. Und ich dachte am Anfang so, das ist doch dieser von The Rational Mail, okay, krass, hat er jetzt auf YouTube. Und dann habe ich so gesehen, so drei, vier Stunden zu streamen, sage ich mir so, wer guckt sich das denn an? So, und lustigerweise habe ich sie mir dann angeguckt, beziehungsweise ich ließ sie nebenbei laufen, während ich dann, dadurch, dass ich ja viel Freizeit hatte, gezockt habe oder so, um ein bisschen meine Zeit zu überbrücken. Und nebenbei lief das halt, weil ich habe dann irgendwann so Videos angeklickt über so bestimmte Themen, wo ich dachte so, ah, das klingt so interessant, höre ich mal ein bisschen rein. Und dadurch wurde ich halt so nebenbei geradpilt. Und dann, und da war es halt auch, bei mir war es halt immer so, ich höre das und habe immer gesagt, ah, krass, ja, ja, oh, macht voll Sinn, oh, ja, stimmt, ja, krass, wieso bin ich nicht selber drauf, aber warum bin ich nicht selber auf diesen Punkt gekommen? So, und so hat mich das so ein bisschen eingefangen. Und so hat es immer mehr und mehr das Bild vervollständigt, was aber eh schon immer da war. Ja, das heißt also, ich bin jetzt nicht so dieses, es verkauft sich immer gut, ne, wenn man so erzählt, oh, ja, früher, da war ich so voll der Loser und keine Frau wollte mit mir schlafen, aber dann habe ich angefangen, ne, und dann kann man damit gut Geld machen. Aber ich hatte nie wirklich Probleme, was Dating angeht. Und ich habe auch nie was Negatives erlebt, weil es ist ja auch so ein Vorwurf, dem immer wieder so zugeworfen wird, irgendeine Frau hat mich ganz schlimm verletzt und jetzt bin ich auf Rachefeldzug sozusagen. Also ich hatte nie irgendwas, außer jetzt das, was jetzt natürlich jeder erlebt, wenn er halt datet. Also wenn du datest, dann ist Herzschmerz immer vorprogrammiert, das ist, das sollte jedem bewusst sein. Ich sage das auch immer wieder zu den Leuten, wenn ihr keine Lust auf, also das gehört zum Game dazu, wenn ihr keinen Bock auf Herzschmerz habt, wenn ihr keinen Bock auf Liebeskummer habt, lass das. Dann geht gar nicht erst daten, ne, weil das gehört halt irgendwie immer dazu. Wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man das sicherlich ein bisschen vorbeugen, bis zu einem gewissen Punkt, aber du kommst nicht drüber hinweg, vor allem wenn du jetzt als Mann sehr viele Frauen kennenlernst, dass du dich auch ab und zu mal verliebst, dass du mal, wenn du auf einmal keine Ahnung hast, auf die Fresse fliegst. Aber das sind jetzt so Sachen, wo ich immer, wo ich jetzt sagen würde, das ist halt so was ganz Normales. Das ist jetzt nicht so, also ich hatte noch nie eine Borderlinerin-Ex, die mich zum Selbstmord getrieben hat oder irgendeine Mutter mit Kind, die mich manipuliert und ausgebeutet hat oder dass ich irgendwie, dass ich so eine Wanitis hatte, wo ich dann ein Jahr lang nicht lebensfähig war oder monatelang nicht lebensfähig, das hatte ich jetzt nicht. Deswegen bei mir war es eher so, ich fand es interessant, ich bin zufällig darauf gestoßen, dann fand ich es noch interessanter, weil jetzt auf einmal ich die Sachen mir selber erklären konnte und verstehen konnte und deswegen hat es mich dann privat eher, wie gesagt, interessiert. Und wie gesagt, dadurch, dass auch Persönlichkeitsentwicklung auch so ein riesiges Feld davon ist, war das so der Punkt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, da will ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, für mich selber, um ja an mir zu arbeiten oder für mich Regeln zu erschaffen, um mir das Dating quasi leichter zu machen, um Probleme zu vermeiden. Das ist ja eigentlich so der Punkt, der eigentlich der wichtigste von allen ist. Zwei Fragen, die sich mir dabei ergeben. Zum einen hattest du ja gesagt, also was ich genauso sehe, wenn man datet, muss man Herzschmerz, Liebeskummer, all das in Kauf nehmen und dann sagtest du, ein bisschen kann man es vielleicht abmildern. Ich frage mich halt, geht es überhaupt darum, Dinge abzumildern? Also ich finde, das gehört ja ein Stück weit, es ist ja ein Unterschied, ob du einfach mal Liebeskummer, Herzschmerz empfindest oder ob es dich komplett aus dem Leben heraus beamt, aber ich denke, zum gewissen Teil gehört halt die intensive Gefühlsballette dazu und du kannst dich gar nicht immer vom Leben abschützen durch irgendwelche Regeln oder dass du irgendwelche Fakten kennst, weil dann gibst du ja auch ein Stück weit die Lebendigkeit ab, oder? Ja, mit Abmildern meinte ich jetzt genau das. Also es gibt zwischen Liebeskummer und sich komplett aus dem Leben schießen, das meinte ich mit Abmildern. Also wie gesagt, es gibt einfach gewisse Menschen, die triggern uns auf einer gewissen Ebene und das führt dazu, dass wir uns sehr, sehr stark von denen angezogen fühlen, auch wenn wir nur sie ein-, zweimal im Leben treffen oder nur Kurzzeit mit ihnen verbringen. Und wenn die natürlich verschwinden oder wir dafür sorgen, dass sie aus unserem Leben verschwinden, weil wir vielleicht merken, die tun uns nicht gut, dann wird das immer dazu führen, dass wir Schmerzen empfinden werden. Ich nenne es einfach mal so, Schmerz und Trauer. Mit Abmildern meinte ich, es ist halt ein Unterschied, ob du sehr schnell merkst, oh, der Gegenüber wird mir nicht sehr gut tun, deswegen bleibe ich auf Abstand, oder ob du mit 180 ungebremst voller Granate gegen den Baum fährst und den Gurt noch nicht anschnallst und sagst, komm, let's do it. So, egal, wird schon schief. Nee, nee, also mit Abmildern meinte ich eher, also komplett davor schützen kannst du nicht. Du kannst es nur, wie gesagt, wenn du entweder gar nicht datest oder wenn du wirklich aktiv auf, in dem Fall jetzt Männer, aktiv auf Frauen zugehst, wo du sagst, ich empfinde da irgendwie nichts für dich. Also innerlich bin ich da tot. Aber dann macht es auch natürlich auch keinen Spaß, weil dich dann mit Frauen zu beschäftigen, wo du sagst, da ist gar keine Sympathie da, die mich irgendwie auch verletzen könnte. Also wie gesagt, wenn auf der einen Seite Sympathie oder Liebe, also wenn du eine gewisse Anziehung hast, heißt es auch immer, es wird dich auch in einer gewissen Art und Weise verletzen. Aber abmildern kannst du es nur, wenn du das Bewusstsein dafür hast, auf was du dich einlässt. Ob du weißt, okay, das könnte für mich gut ausgehen oder nicht gut ausgehen. Also sprich, ob du sagst, okay, ich merke gerade, mein Gegenüber ist emotional nicht verfügbar. Wahrscheinlich wird sie sich nicht für mich entscheiden. Also sollte ich das Ganze ein bisschen mit Abstand sehen. Und es wird wehtun, wenn die Person weg ist, aber es wird jetzt nicht mich aus dem Leben komplett wegschießen, weil das sehe ich auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob es bei Frauen genauso ist, aber Männer neigen dazu sehr, sehr, wehleidig ist jetzt das falsche Wort, schon in so einem komatösen Zustand zu fallen, sobald Frauen aus ihrem Leben verschwinden. Also Frauen haben da, was das angeht, auf dieser emotionalen Ebene, haben sie so eine große Macht, dass sie Männer wirklich handlungsunfähig machen. Also damit meine ich wirklich, dass sie sich krank melden, nicht auf die Arbeit gehen, weil sie vor Liebeskummer nicht aufstehen können. Also die verfallen da wirklich, also ich kenne das sowohl aus meinem Bekanntkreis, als auch aus meinem Coaching-Mittlerweile-Bereich, wo die Männer dann wirklich sagen, ich melde mich eine Woche krank und mache die Rolle hinzu und liege dann einfach im Bett, weil sie jetzt weg ist. Oder sie zu mir sagen, ich stehe morgens auf und ich weiß nicht, warum ich jetzt weiterleben soll. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich gucke mir die Bilder an und denke mir, wozu jetzt noch weitermachen. Und das Lustige ist halt immer, was heißt Lustige, das Interessante ist immer, das kommt immer von Männern, wenn du die sehen würdest, das würdest du nicht glauben. Also attraktive, gut verdienende Typen. Also nicht irgendwelche, wo du sagst, Bro, ich weiß, das wird hart für dich werden, sondern wirklich so Typen, wo du sagst, super aussehender Mann, ich weiß gar nicht, warum der jetzt rumholt. Wegen irgend so einer, die ihn sowieso, also das ist ja auch dann immer die Essenz, die ihn sowieso schlecht behandelt hat am Ende in der Beziehung und wer sowieso nicht mehr glücklich war. Jetzt ist sie weg und dann sitzen da so gestandene Männer, die wirklich auch Status haben, gutes Geld verdienen, richtig gut aussehen, gut gebaut sind und auch bei Frauen teilweise sehr gut ankommen und du denkst so, okay, und die so, ja, Leben ist vorbei, ich schaffe das nicht mehr, ich weiß gar nicht. So, und das ist für mich so zwischen Abmildern, zwischen so, ja, mir geht es gerade ein bisschen schlecht, weil sie ist halt weg und es ist halt kacke und ich fühle mich nicht so gut und zwischen, ich kann sie nicht vergessen, es wird nie wieder so eine geben wie sie. So, das ist halt das Gemüttel. Aber wie du schon sagtest oder wie ich vorhin gesagt habe, wenn du datest und wenn du sagst, du möchtest rausgehen und Frauen kennenlernen als Mann, dann sei dir immer bewusst, du wirst immer irgendeine treffen, die dich halt triggern wird und spätestens, wenn sie in dir diese Gefühle triggert, also du verliebt bist sozusagen, dann ist das auch immer mit Liebeskummer zusammen, ja, zu verbinden. Das lässt dich nicht vermeiden. Aber du musst halt, aber auch das ist wiederum so ein Ding, wo du halt lernen musst, auch damit umzugehen und es auch ertragen zu können. Das ist ja auch das Problem, was viele haben. Also wir neigen ja dazu, vor allem diese negativen Gefühle immer sehr, sehr schnell weg haben zu wollen. Mir geht es gerade schlecht, ich vermisse sie, ich kann teilweise kaum atmen, so fühle ich mich innerlich. Ich muss irgendwas machen, damit das Gefühl schnell weggeht. So, ich schreibe ihr oder irgendwas, damit sie mir so ein Gefühl gibt, dass es mir wieder besser geht. Anstatt zu sagen, okay, ich halte jetzt mal das Gefühl aus, weil was sollt passieren? Also du wirst ja nicht sterben. So, im Endeffekt. Und zu lernen, woher kommt das Gefühl? Warum vermisst du sie? Was vermisst du jetzt eigentlich wirklich? Weil da sind wir jetzt wieder auch beim Thema Realität, weil die Realität ist ja, jetzt vor allem in der Thematik, was vermisst du denn? Vermisst eine Frau, die dich nicht mehr liebt, die dich schon seit Wochen wahrscheinlich nicht mehr geliebt hat? Wahrscheinlich vermisst du irgendeine Zeit, was irgendwann mal war und so weiter und so fort. Das ist ja das, was du wieder zurückhaben möchtest. Und deswegen weißt du auch, dass das Gefühl, was du gerade hast, nicht die Realität ist. Also es geht dir nicht schlecht, weil sie dir so gut getan hat, sondern es geht dir eigentlich schlecht, weil du an etwas festhältst zum Beispiel, was gar nicht mehr da ist oder was nur eine Illusion ist mittlerweile. So, und dann da sich hinzuhocken und dieses Gefühl zu ertragen, weil irgendwann geht es natürlich auch weg, ist ja klar, das bleibt ja nicht für immer oder stundenlang, suchen wir ja meistens immer irgendwas, damit dieses Gefühl halt weggeht. Und das gehört halt auch dazu zu lernen, okay, diese negativen Gefühle, die dann auch da mitkommen, also das Aua, was wir dann haben im Gesicht, weil wir einen auf die Fresse gekriegt haben, das auch mal zu ertragen und den Schmerz mal ein bisschen zu genießen, jetzt ein bisschen übertrieben, aber damit einfach umzugehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, weil du gerade, du hattest ja gesagt, ob das Frauen auch so haben und ich glaube, so heftig ein Liebeskummer, also doch wird es schon geschlechtsübergreifend geben, nur ich glaube, dass Männern das Loslassen halt eh schwerer fällt und dass Männer generell mehr Angst auch vorm Tod haben und das ist ja irgendwo wie so ein Sterbeprozess und dass Männer das zu lernen haben, also könnte ich mir vorstellen, aber du weißt es besser, mit Sicherheit. Männer haben mehr Angst vorm Tod? Glaube ich, weil Frauen ja alleine durch den Zyklus oder durch die, also damals hohe Sterblichkeit bei einer Geburt, waren Frauen ein Stück weit so mehr schon, ja durch ihre Natur, glaube ich, damit konfrontiert, wobei Männer ja aufs Schlachtfeld gegangen sind, wenn man das jetzt so sieht, aber ganz am Anfang, als es Menschen gab, gab es ja nicht direkt ein Schlachtfeld und Frauen haben ja den Stürb- und Werteprozess in ihrem Zyklus integriert. Ja, kann natürlich sein. Gut, hinzu kommt natürlich auch, dass Männer sehr oft, da wären wir jetzt wieder beim Thema romantisierte Welt, dass wir sehr oft mit diesem Gedanken aufwachsen, die eine zu finden, die eine richtige zum Kinderkriegen, zum Heiraten und die meisten Männer sind ja jetzt nicht so, dass sie rausgehen und jede Woche eine neue Frau kennenlernen oder tonnenweise Frauen in ihrem Leben haben, wo sie sagen können, okay, ich kann gucken, ich kann dann eine gute Entscheidung treffen, sondern sie nehmen ja meistens so das Erstbeste, was denen über den Weg läuft, wo sie sagen, oh, ich habe mich gerade schockverliebt, sofort, Kinder, Familie, Ehering, let's go, und dann alle Red Flags, was für Red, ich sehe keine Red Flags, lass mich in Ruhe, so volle Granate drauf. Ja, weil aber halt diese Optionen einfach generell nicht da sind. Also wir Männer, wir kommen ja optionslos auf die Welt, wir Männer müssen ja Wert generieren und dadurch, dass wir halt Wert generieren müssen, müssen wir uns auch selber Optionen schaffen und wir müssen auch immer was dafür tun, damit diese Optionen da sind. Du als Frau, ich meine, Frauen sagen zwar auch immer, ja, ich habe keine Optionen, aber wir kennen das Beispiel mit, wir beide können gerne uns in der Stadt treffen und dann können wir mal 20 oder Männer oder 20 Frauen fragen, ob die Bock hätten, mit uns irgendwas anzufangen. Ich bin mir ziemlich sicher, es würde keine drei Minuten dauern, bis du jemanden finden würdest. Deine Ausbeute wäre tausendmal größer als meine Ausbeute und das haben wir, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf und wenn dann natürlich dann noch dazu dieser Glaubenssatz hinzukommt, dass es diese eine Frau gibt, die was Besonderes ist, mit der du dann eine Beziehung oder Familie oder was auch immer gründen kannst, dann wird es natürlich zu einem großen Problem oder hältst du erst recht daran fest, wenn du merkst, das ganze Ding entgleitet dir gerade oder sie verschwindet gerade aus deinem Leben und du fängst dann auch sehr oft, Sachen zu akzeptieren, die du wahrscheinlich vorher nicht akzeptieren würdest. Also egal, wie sie sich behandelt, egal, wie schlecht es war, egal, wie sehr sie dir gezeigt hat, dass sie doch kein Interesse, also kein riesiges Interesse an dir hat oder sonst irgendwas getan hat, viele halten ja dann immer noch dran fest. Vor allem, wie gesagt, wenn wir von den Männern sprechen, die halt dann optionsmäßig kaum Auswahl haben. Also sie hatten sie vorher nicht und sie haben sie auch während der Beziehung dann gar nicht mehr. Das heißt vorher, weiß ich nicht, du lernst ein, zwei Frauen im Jahr kennen und dann die zweite, die du kennengelernt hast, die dir auch eine Chance gegeben hat für ein drittes und ein viertes Date, die nimmst du dann halt als Freundin sozusagen. Und ich glaube, das haut da nochmal so in diese Kerbe rein, wenn du weißt, dass sie jetzt weg ist und du jetzt wieder von Null anfangen musst und es war eh schon schwer genug, überhaupt eine zu finden, dann hältst du halt noch mehr in diesem Traum fest. Ich meine, was wäre denn jetzt, wenn es wirklich die eine wahre gewesen ist und sie ist jetzt weg und du hast sie jetzt nicht dafür bis zum Tode gekämpft sozusagen, hast sie einfach gehen lassen. Also ich denke, es ist natürlich schwer für eine Frau nachzuvollziehen, weil wir leben halt einfach in unterschiedlichen Welten und ich erlebe es ja auch immer wieder, wenn Frauen zu mir sagen, ach, die schreiben doch bestimmt voll viele Frauen an auf Instagram und dies und das und tralala und ich muss dann immer sagen, nein, ich muss euch enttäuschen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht hässlich, aber gut, ich meine, mein Content ist auch jetzt auch nicht so gerade pro Frauen, deswegen verstehe ich das nicht. Also auch da werde ich ab und zu mal angeschrieben, aber ich habe ja auch einen privaten Account zum Beispiel und das ist ja ein reiner Fitness Account und da habe ich ja auch Bilder zum Beispiel oben ohne drin und da hat mich noch nie eine Frau angeschrieben. Also nicht, also nicht jetzt einfach so, wie dich jetzt zum Beispiel ein Typ anschreiben würde, der einfach über deinen Kanal stolpert, sieht dann ein paar Bilder von dir und sagt, ach, die schreibe ich jetzt mal an. Das passiert dir nicht als Otto-Normal-Verbraucher sozusagen. Und das ist halt natürlich schwer vorstellbar für Frauen, weil die, die sich dann denken, ach, du bist doch voll attraktiv, du bist doch voll gut aus, ach, bestimmt schreiben dich ganz viele Frauen und du hast ganz viel Auswahl und so. Und da merke ich sehr oft, dass die sich halt nicht so in diese Lage versetzen können, in welcher Welt halt Männer leben. Die denken sich halt, okay, der sieht gut aus, der hat bestimmt Auswahl ohne Ende. Bestimmt hat er Likes und Matches auf Instagram, auf Tinder und Co. ohne Ende und ja. Ja, das ist so. Also das sind wirklich zwei. Ich hatte letztens mit einer das Thema, da ging es um Transsexualität, dass alleine die Aussage, ich als Frau, zum Beispiel, ich fühle mich im Körper einer Frau, bin aber ein Mann, dass das völlig Quatsch ist, weil das ja trotzdem nur die Aussage aus der Realität von einer Frau ist. Also die kann ja nie nachvollziehen, wie sich ein Mann fühlen würde. Und umgekehrt, das sind ja nur philosophische Konzepte, aber trotzdem, die Gehirne sind unterschiedlich, also die Realitäten sind ziemlich unterschiedlich. Und ich glaube erst, also so um die Wechseljahre, sagt man ja, das Hormonprofil kippt oder er könnte kippen, beim Mann weniger Testosteron, bei der Frau mehr Testosteron, dass man dann erst so ansatzweise eine Erfahrung von der anderen Seite machen könnte. Sagen zumindest Menschen, wenn es so um das Thema Bewusstseinserweiterung geht. Okay. Ja gut, aber das Problem ist halt, als Frau ändert sich ja nichts Großartiges. Egal wie alt du bist an deinem Date, also sogar eine 40- oder 50-jährige Frau, also gut, beziehungsweise was anderes, aber haben trotzdem noch einen guten Zugang zu Männern, die immer noch, gut, Lust haben mit ihr zu schlafen, wobei jetzt das für Frauen nicht so interessant ist, wie jetzt für Männer. Da sind wir schon wieder beim Unterschied. Ein Mann würde sich freuen, wenn er sich auf Tinder oder so anmeldet und tausend Frauen liken und sagen, ja, hey, hast du Bock zu vögeln? Frauen sagen sich eher so, okay, schön, aber nee, lass mal lieber. Ja. Würdest du sagen, also gerade von Rollo Tomasi, das Buch ist ja relativ neu, also ich weiß jetzt nicht, wie lang ist das? Zehn Jahre. Dieses Jahr hat es zehnjähriges Jubiläum, glaube ich. Im Prinzip gab es ja schon immer Handbücher über Männer, Handbücher über Frauen, aber würdest du sagen, dass jetzt die Enttäuschung zwischen den Geschlechtern größer ist, denn es hat ja begonnen eigentlich so mit dem Emanzipationsprozess, der stark in Richtung Männerhass teilweise ausgeschlagen ist, aber es gibt ja jetzt auch aus der Bewegung der Männer heraus resultierend wirklich Männer, die Frauen anfangen zu hassen. Ja, wobei das Buch jetzt, also das Buch selber, The Rational Male, hat ja nur was mit Dynamiken zu tun. Das ist ja jetzt, nochmal, das ist kein Beziehungsratgeber oder Datingratgeber, sondern es ist ein reines, also das ist eher so drauf, es wurde darauf hingearbeitet, dem Mann einen Leitfaden zu geben, wie eine Frau funktioniert, wie sie denkt und was sie tut, wie sie sich verhält, wenn sie einen Mann toll findet oder wie sie sich nicht verhält, wenn sie nicht, also dieses Verständnis zu bekommen. Ansonsten, wie du gerade eben gesagt hast, das große Problem, was wir ja mittlerweile haben und wahrscheinlich noch weiterhin haben werden, ist, dass was Dating angeht und Beziehungen angeht, die in so einer Phase sind, die ja, die es ja seit Tausenden oder seit Hundert oder doch Tausenden von Jahren ja nicht mehr, nicht gab, also diese Freiheit, die wir haben. Vorher hatten wir ja das Patriarchat, das böse Patriarchat, was uns alle versklavt hat, übrigens Männer auch, aber das vergessen wir ja. Es war jetzt nicht so, dass nur Frauen negative Seiten hatten. Also vorher war es ja so, das Familienkonstrukt wurde ganz groß geschrieben, das heißt also, du wächst auf, du suchst dir eine Frau als Mann, sie sucht dich aus, passt zusammen, sofort heiraten, Kinder kriegen und jetzt guckt, dass es passend gemacht wird und dass ihr für die Kinder da seid und so weiter und so fort. Trennen ist keine Option, weil Gesellschaft sagt dann nicht so gut, gesteinigt und so, lassen wir mal lieber. So, jetzt haben wir das Ganze natürlich, also es gab gewisse Regeln, die beide Geschlechter in so eine Schiene reingepresst haben und gesagt haben, ist mir egal, was ihr wollt, so wird das jetzt gemacht, weil das für die Gesellschaft am besten ist. Also wir wären nicht da, wo wir sind, die Städte und die Gesellschaften wären nicht so gewachsen, wenn das Ganze natürlich nicht durch so ein Konstrukt irgendwie funktioniert hätte, ganz gut sogar funktioniert hätte. Man romantisiert das Ganze natürlich noch mit Ehe und Liebe und so weiter, damit das Ganze auch ein bisschen den Leuten schmackhaft gemacht wird und fertig. So, jetzt haben sich natürlich die Zeiten geändert, vor allem, wie du gesagt hast, durch die Emanzipation der Frau, durch die Freiheiten der Frau, dass sie machen kann, was sie möchte, haben sich gewisse Sachen verändert, vor allem die Tatsache, dass jetzt natürlich niemand da ist, der dich zusammenpresst und sagt, das muss jetzt so laufen, auf diese eine Art und Weise. Und dadurch aber, dass die meisten da noch nicht mitgekommen sind beziehungsweise immer noch in so einer Welt zurückgeblieben sind, also die Welt unserer Großeltern, das ist ja immer so, wenn es immer heißt, ja, früher war alles besser, früher haben Beziehungen noch länger gehalten, früher hatten, unsere Großeltern haben immer um die Beziehung gekämpft, wo ich immer sage, ja, sie mussten auch kämpfen, sie hatten keine Wahl. Also wenn deine Oma oder dein Opa mit der Frau oder dem Mann unzufrieden war, dann hieß es, halt deine Fresse, guck, dass du glücklich wirst, egal wie, auch wenn es am Ende nur so eine tolle Freundschaft war zwischen euch, aber ihr bleibt zusammen, ist mir egal, ob du ihn noch liebst oder nicht liebst. Das ist so, was anderes gibt es. So, und dann natürlich, klar, entwickelst du Strategien und arbeitest an einer Sache, dass du sagst, da ich ja weiß, dass ich mit dem, mit dem daneben mir, mit dem ich gerade aufwache und mir denke, so, ach du Scheiße, noch 30 Jahre lang oder wer weiß, wie lange er noch leben wird, zusammenbleiben muss, entwicke ich eine Strategie, dass es irgendwie für mich auch angenehm wird. Und dann irgendwann, wenn ich diese Strategie angepasst habe, sage ich dann, ich bin glücklich mit der Person, weil wir verstehen uns gut, wir sind ein gutes Team, bla, 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 bla. So, heute heißt es halt, es passt dir nicht, steh auf und geh. Warum solltest du noch bleiben? Gibt ja keinen Grund dafür. Und die Problematik kommt halt daher, weil wir noch, noch die, noch diese gemischte Welten haben von den Leuten, die natürlich in einer Zeit aufgewachsen sind, wo es halt noch hieß, wir kämpfen um unsere Beziehungen, ne, und, du kennst auch sicherlich diese Bilder von diesen Pärchen, die schon 80 Jahre zusammen sind, ne, und, oder 60 Jahre, wo ich immer wieder ab und zu mal, ab und zu, alle Schaltjahre kriege ich mal so ein Ding zugeschickt mit der Frage, glaubst du, das ist heute noch möglich? So, fragen mich dann so 40-jährige Frauen, wo ich mir denke so, ja, vielleicht, aber nicht für dich, ne, so, der Zug ist da schon abgefahren für 60 Jahre zusammen sein. Und das führt halt zu den Problematiken, dass, dadurch, dass natürlich auch ein gewisses Unverständnis herrscht, wie, wie, also wie die Dynamiken funktionieren und wie dann auch entsprechend das Dating dann halt läuft, wenn alles frei ist, führt das natürlich dazu, dass dann gewisse Menschengruppen sagen, ne, da hab ich halt keinen Bock drauf, ne, ich hab keinen Bock drauf, verarscht zu werden oder auch dieses sogenannte Red Pill Rage, also dieses so, du kommst mit dieser Red Pill in Verbindung und dann kriegst du einen Hass auf die Frauen, kommt ja auch meistens von den Männern, die halt schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht haben, aber die dann die Punkte nicht so, also die Punkte verbinden und dann jetzt kommen wir zu der Thematik, was machen die da draus, die nicht dann sagen, ah, deswegen hat sie mich fünfmal betrogen und mir ein Kuckuckskind untergejubelt und, 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 und die sagen, guck mal, der hat mich mal impoliert, der hat mich verarscht, alle Frauen sind geldgeil, alle Frauen sind hypergarm, die hat nur gewartet, bis sie den erst Besseren gefunden hat, die anderen werden mich auch alle verarschen und so weiter und so fort, jetzt sind wir wieder bei der Auslegungssache, was machst du da draus und wenn es gewisse Menschen gibt, die halt sehr viel, also viel Negatives erlebt haben, dann machen die auch natürlich was Negatives draus, ne, also wie gesagt, die Fakten sind für alle dieselben, ne, ich weiß auch, dass Frauen hypergarm sind, ich weiß auch, dass Frauen in der Regel immer opportunistisch sind, also sie gucken, dass sie mit der bestmöglichen, mit dem bestmöglichen Mann zusammen sind und so weiter und so fort, so, das ist jetzt aber für mich nichts Negatives, ich weiß halt, wie das gemeint ist, ne, und ich weiß auch nicht, dass es gemeint ist, dass sobald sie zufällig über jemanden über den Weg läuft, der besser sieht als ich, sie dann sagen wird, tschüss und ist dann sofort weg, ne, so ist es natürlich nicht gemeint, aber es gibt andere, die sagen, okay, alle Frauen sind eigentlich nur sch***, Frauen werden mich eh verarschen, irgendwann verlassen, bin ich vielleicht alleine besser dran, so, aber das ist dann natürlich dann immer wieder so eine Entscheidung, wo ich sage, gut, okay, wenn du sagst, du willst gar nichts mehr mit Frauen zu tun haben, ich meine, die Gesellschaft macht es uns auch da als Männer wiederum sehr einfach, durch diese, diese Ausgeprägtheit der Pornografie, die wir ja mittlerweile haben und die auch noch schlimmer werden wird, also allein schon dieses, diese Metaverse und so, was jetzt kommen wird, ich habe da so ein paar Sachen gehört, also da werden Pornos und Frauen, werden da noch in, das wird, das wird noch Sachen, also Größen annehmen, wo du dann wirklich auch teilweise, das heißt auch teilweise so, Frauen, die du kennst aus deinem Leben, da so rein machen kannst und dann lebst du mit denen. Ja, und die machen dann wirklich auch alles für dich, was du willst und hast dann auch Sex mit denen und ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Brille auf hattest, so eine VR-Brille. Nee, noch nie. So, ich habe auch immer vorher gedacht, was ist denn blöd, so eine VR-Brille, ne, also, was ist das? Aber ich habe mal, es gibt hier bei uns in Wiesbaden gibt es so eine, so ein VR-Studio, die machen so, da kannst du so Spiele spielen und da hatte ich mir erst mal so ein Ding an und also Real Talk, du bist in einer anderen Welt, also du guckst, egal wo du guckst, du siehst deine Hände und so und du denkst, du wärst jetzt in dem Fall ein Videospiel drinne, aber man hat es ja jetzt gesehen mit, von Apple, dieses Ding, was da rauskam. Ja, das habe ich mitgeguckt. Das integriert ja in deine Welt dann Videos und Filme und Programme und Fenster und so und du kannst halt, wie gesagt, irgendwann wird es auch Frauen geben und die werden da alle deine Bedürfnisse befriedigen können. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja diese, diese Real Dolls, diese Sex Dolls, vielleicht kennst du die? Ja, die sind ja, die fühlen sich ja an und sehen ja, also nicht diese, diese aufblasbaren Kummipuppen, die wir früher hatten. Nein, das geht ja bei denen bis zu 5000 Euro hoch. Genau, genau, genau. Und die, die, also die sind ja, auch wenn du sie anfasst und so, also heißt es zumindest, es ist wie eine echte Frau. Das Einzige, was sie nicht macht, ist halt reden. Und ich bin mir sicher, dass da auch irgendwelche, auch Schabernack damit treiben und dann, dass du irgendwelche Gesichter von deiner Nachbarin oder von irgendeiner, die du dich verliebt hast, hoffnungslos, sagst, okay, bekomme ich nicht, aber lasse ich sie halt anfertigen. Und das reicht ja, um Männer halt am Ende zu befriedigen oder sie halt still zu halten, sodass sie sich auch vom Datingleben rausziehen können und sagen können, na gut, okay, bevor ich hier wieder mit Schmerzen mich konfrontieren muss am Ende des Tages, weil alle Frauen eh nur Hypergame, schlitten sind, die mich verarschen werden und nur Geld hinter meinem Geld her sind, hol ich meinen runter, hab meine Ruhe und fertig aus. Ja, also ich sehe die Richtung auch kritisch. Ich hatte jetzt mal einen Artikel von einer Frau gelesen, die dann irgendwie sich ihren virtuellen Chatpartner, also irgendwie konnte sie sich bei ihrem Programm dann mit dem verheiratet hat und dann aber ja weiß, wenn das Programm gelöscht wird oder da war ja schon sogar datiert, wann das gelöscht wird, wo sie dann sagte, dann will sie nicht mehr weiterleben. Ja, lustig, genau, da habe ich auch vor einer oder vor zwei Wochen im Radio, kennst du den Film Ski? Nee, ich glaube nicht. Ich kann mir aber Namen überschwerden. Du kannst was? Ich kann mir Namen, Filmtitel nicht merken. Okay, das ist der Film mit, wer hat nochmal mit Joaquin Phoenix? Kennst du aber den Schauspieler? Ja, den kenne ich. So, und der, das ist so ein Film, der ist auch so ein einsamer Single und der bekommt so ein KI-Programm, das wird so irgendwie neu erfunden, wo er eine virtuelle Freundin hat, die sieht er nicht, er hört nur ihre Stimme die ganze Zeit und die passt sich irgendwie ihm an und irgendwann verliebt er sich in die und lebt dann so quasi in so einer Beziehung mit der. Also richtig krass. Und ich habe letztens im Radio gehört, dass da jetzt auch mittlerweile so ein Programm rauskommt, wo ganz genau, dass du, du hast so einen virtuellen Partner, den du dir erschaffen kannst, den du so gestalten kannst, wie du gerne hättest und der passt sich dir an und der benimmt sich auch dann wirklich wie so ein richtiger Mann oder eine richtige Frau. Ja, genau. Die hatte dann so geschrieben, sie hat noch nie so schöne Textnachrichten erhalten und er wüsste immer genau, was sie lesen möchte und warum sollte sie dann weiter in der Realität suchen, weil er schreibt ihr genau das, was sie schon immer hören wollte. Ja, und ich glaube, also ich meine, ich weiß nicht, wie es für dich anhört, aber ich denke mir halt immer so, gut, aber du weißt halt, das ist halt, es ist halt am Ende ein Film, eine Puppe, ein KI oder wie auch immer man das nennt, das ist ja nichts Echtes. Wie kann ich das irgendwie glücklich machen, wenn du weißt, also ich denke mir halt immer so, ich so eigentlich die Person nicht anfassen kann, bringt mir das nichts. Ich bin auch nicht so ein Strip-Club-Fan, weil ich mir denke so, aber ich glaube, wenn du irgendwann so, ich weiß nicht, ob verzweifelt jetzt das richtige Wort wäre, aber wenn du irgendwann so ein Punkt bist, wo du sagst, ich sehe da keine Chance mehr für mich, also ich sehe da kein Land, dass du dich wahrscheinlich auch mit sowas zufrieden gibst. Ja, ja, extrem verletzte Menschen, also du merkst, es sind ja immer mehr Menschen sehr stark verletzt, ob jetzt in der Kindheit oder auch so die heranwachsende Generation jetzt, das ist ja ein immer größeres Thema und ich glaube, je größer die Verletzung, umso stärker die Tendenz, dann sich zu sagen, ich will nie wieder verletzt werden oder von dem oder von ihr höre ich alles, was ich hören will. ich glaube, ab einem gewissen Grad der Verletztheit bist du ja so von dir getrennt und auch von deinem Körper, dass dann sowieso ganz viel hier oben nur noch passiert. Okay. Ja, ist interessant, weil ich bin da eher so jemand, der, ja, wie schon gesagt, also ich meine, ich wurde auch oft verletzt, also verletzt in Anführungsstrichen, im Leben, aber ich bin eher so jemand, der dann herausfinden möchte, wie er das Problem löst. Also nicht, also nicht, indem er sich sagt, ich ziehe mich da, also ich gehe da gar nicht mehr hin, so ich meide diesen Ort, sondern ich denke mir immer so, okay, wie kann ich trotzdem da bleiben, aber trotzdem eine Strategie für mich entwickeln, dass ich dann da nicht irgendwie komplett, ne, aus der Bahn geworfen werde. Also wie kann ich an mir arbeiten, um weiterhin da präsent zu sein und das zu bekommen, was ich natürlich möchte, also Frauen im Endeffekt, aber ohne halt dann komplett K.O. jetzt mal geprügelt zu werden. Wo dann andere wahrscheinlich sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, meine Strategie ist halt einfach, ich verlasse den Ort und komme da einfach gar nicht mehr hin und ist mir scheißegal. Ja, nee, ich glaube, dann hast du wahrscheinlich auch das sehr an deiner Persönlichkeit ausgeprägt. Also ich denke schon, je nachdem, wie dann, dann kommt bestimmt noch Persönlichkeit mit rein oder jeder Mensch hat eine andere Sollbruchstelle. Also ich kann, auch wenn ich es extrem krank finde, ich kann es trotzdem ein Stück weit nachvollziehen, wenn Menschen das machen, einfach, weil ich mir vorstellen kann, wie es irgendwie entstanden ist, aber ich finde es extrem, also extrem heftig, die Entwicklung. Ja, absolut. Also, und ich meine, es ist ja so ein Prozess, der dann auch langsam stattfindet. Ich meine, ich kenne das ja auch aus meinem Bekanntenkreis. Ich habe ja auch so, oder ich hatte auch früher so Freunde, also männliche Freunde jetzt, die auch irgendwann in so eine Bahn gerutscht sind, wo sie dann wirklich nichts mehr mit Frauen zu tun hatten und wirklich nur durch Pornos und, gut, Prostituierten teilweise, da ihre, ihr Sexproblem gelöst haben und die dann wirklich jahrelang keine einzige Frau gedatet haben. Gut, klar, natürlich, weil sie auch aus ihrem Leben nichts gemacht haben, aber und nach dessen, es befriedigt dich halt. Auch das ist natürlich immer sehr schwer für Frauen verständlich, verständlich, dass Männer dadurch irgendwie dann keine Lust mehr auf Sex haben, aber sehr oft erlebe ich das auch hier in Beziehungen, wenn die Frau dann kommt und sagt ja hier, warum fasst er mich nicht mehr an oder warum hat er keine Lust mehr auf mich und dann sage ich halt immer das Erste, kann es sein, dass er Porno schaut und dann sagen die, ja, der guckt halt ab und zu mal und dann sage ich, ja, das ist halt der Grund. Man darf halt nicht vergessen, also es ist ja jetzt nicht so, dass du dir einen Film, also einen Clip da raussuchst und danach rubbelst du dir ein und danach ist es vorbei, sondern du, irgendwann sind es ja so 10, 20, 30, 40, 50 Clips plus Session und es macht ja was mit deinem Gehirn, weil oft sagen dann auch die Frauen zu mir, ja, aber wenn ein Typ mit vielen Frauen geschlafen hat, das stumpft doch auch irgendwie ab, ne, also im Vergleich zu Pornos und dann sage ich immer so, nee, das kannst du nicht vergleichen, weil es ist eine Frau und in so einer Session, die du dann abends mal für 15 Minuten machst, hast du halt 10, 15, 20, also 20 Bilder mit unterschiedlichen, ähm, na, unterschiedlichen, ähm, Frauen? Was? Unterschiedlichen Frauen? Nee, nee, ja, unterschiedlichen Frauen beziehungsweise, ähm, ach, mir fällt gerade das Wort nicht ein, äh, nicht Trigger, ähm, ach, egal, ähm, ist auch egal, unterschiedliche Bilder, die du da siehst, ne, Reize, Reize war das Wort, ja, genau, also unterschiedliche Reize und natürlich, irgendwann stumpfen wir ja ab und wir wollen ja immer mehr, mehr und mehr und immer krassere Sachen, das ist ja wie mit Drogen, ne, am Anfang reicht, die Flasche Bier, um lustig, um entspannt zu sein, danach brauchst du irgendwie eine ganze Flasche Wein und dann verlierst du natürlich auch die Lust generell, irgendwie auf, also Frauen zuzugehen oder auch mit deiner Partnerin dann halt Sex zu haben und das sorgt halt dafür, dass dann Männer sich dann, also zumindest für Männer ist da ganz gut gesorgt, dass wenn sie merken, okay, im Dating ist schwierig oder läuft nicht, dann kann ich mich auf eine andere Art und Weise, kann ich das befriedigen, was ich eigentlich so ein bisschen haben möchte, für Frauen ist das viel, für Frauen ist das viel, viel schwieriger, weil Frauen kannst du nicht sagen, ja, hier komm, geh da hin und dann hast du Pornos mit 18, mit 30 verschiedenen Titeln, mit 30 verschiedenen Kategorien, such dir was aus, auf was du Bock hast, ist schon lustig, ist irgendwie, ja, nee, ich wollte sagen, Frauen gucken sich auch viel seltener solche Filme an und vor allem gibt es auch nicht diese ganzen Kategorien dann halt für Frauen. Ja, bei Frauen da ist wieder, also das Internet hat wirklich für jeden eine Lösung, also wirklich, das Internet hat es wirklich geschafft, so gut und praktisch das natürlich ist, für Vernetzung und Sichtbarmachen und so weiter und so fort, trotzdem hat es eine, wenn du das Werkzeug Internet nicht richtig nutzt, entfremdet es dich von dir und bei Frauen greift dann das mit dem Schreiben. Also ein Mann würde wahrscheinlich eher weniger riesenlange Texte schreiben und dabei süchtig werden, der wird es dann eher über Pornofilme, aber bei Frauen ist das, glaube ich, das Texten dann mit Männern beispielsweise. Ja, wobei natürlich auch Männer ab einem gewissen Punkt natürlich auch so ein bisschen diese soziale Komponente haben wollen, was der Grund übrigens ist, warum Onlyfans ja so bekannt ist, beziehungsweise warum die damit halt so viel Geld machen. Die machen nicht Geld damit, weil sie den Männern irgendwelche Bildchen oder Filmchen zeigen oder schicken, die sie nicht umsonst tonnenweise irgendwo anders sehen können, sondern die bauen ja mit denen so eine Verbindung auf, die bekommen ja so ein Girlfriend-Feeling sozusagen, inklusive natürlich dann auch die ganzen Bildchen und so. Und das ist der Grund, warum die halt damit so viel Geld verdienen. Also du hast nicht nur diese Sexkomponente, sondern du hast auch eine Frau, die so tut halt, als ob sie deine Freundin wäre, die jeden Morgen dir schreibt, hey, wie geht's dir? Viel Spaß auf der Arbeit. Oder die sich auch mal ein bisschen deine Probleme anhört. Ja, auf jeden Fall. Was sind so drei Punkte oder es können auch kein mehr sein, wo du sagst, das ist ganz wichtig, dass das Männer so in der Zeit jetzt wieder lernen oder dass sie sich darauf besinnen? In unserer heutigen Zeit? Mhm. In welcher Thema generell? Also für die Persönlichkeitsentwicklung jetzt, für die Persönlichkeitsentwicklung eines Mannes, was sind wichtige Sachen, an was sich Männer zurückerinnern sollten oder was sie ausbilden sollten oder was du findest, dass es wichtig für die Entwicklung des Mannes ist? Das Erste, dass ein Mann verstehen muss, dass er eine gewisse Rolle hat, die ihm die Natur in erster Linie zugetragen hat und der er nachgehen muss. Heißt also in erster Linie, wir Männer, wir sind Leistungsobjekte, wir werden sowohl von Männern als auch von Frauen danach beurteilt, was wir in unserem Leben schaffen. Das Erste sollte sein, dass du einfach als Mann versuchst halt immer weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln auf allen möglichen Ebenen, die dich interessieren. Meistens wird ja so zusammengefasst unter der Thematik Ziele haben sozusagen. Das ist immer so das Wichtigste. Man sollte sich natürlich nicht davon irritieren lassen, auch wenn, vor allem Frauen sehr oft da, vor allem heutzutage, da versuchen, das Ganze ein bisschen aufzubrechen, diese Geschlechterrollen aufzubrechen, Männern das Gefühl zu geben, es wäre auch okay, sich wie Frauen zu benehmen. Da wären wir jetzt wieder beim Thema Gefühle zeigen, Schwäche zeigen. Das mag vielleicht ganz gut sein in gewissen Situationen, aber das sind keine Situationen, die jetzt irgendwas mit deiner Freundin oder einer Frau oder sonst irgendwas zu tun haben. Ansonsten, ich überlege gerade, was haben wir denn für Probleme als Männer? Also das Grundproblem, was wir Männer heutzutage haben, ist, dass wir von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht werden. Das ist, glaube ich, so die größte Schwierigkeit, die jedermann zu bewältigen, zu bewältigen hat, wodurch er am Ende dazu gezwungen ist, eine Eigenmotivation aufzubringen, etwas aus sich zu machen oder irgendwie tätig zu werden. Dadurch, dass Frauen ja mittlerweile auch vieles, auch all das machen können, was Männer früher für sie gemacht haben, ist ja der Mann eigentlich so mehr oder weniger nutzlos geworden. Und Männer, die halt nicht, und dadurch, dass Männer halt gebraucht werden müssen, weil sie irgendwie auch so ein Gebrauchsobjekt sind, ein Nutzobjekt, muss ich jetzt ein bisschen plastisch darzustellen, neigen sie dann dazu zu sagen, gut, ich werde nicht gebraucht, also lehne ich mich zurück und mache halt gar nichts. Was man ja auch sehr schön sieht in den ganzen, es gibt diese Studien, die sich ja damit befassen, Hochschulabsolventen und welche Geschlechter eher einen Abschluss machen. Und da sieht man ja, dass Frauen da eher so führend sind, was das angeht. Was aber daher kommt, dass halt Männer einfach keinen Sinn darin sehen, da großartig in ihr Leben zu investieren. Wenn du am Ende Frauen hast, die für sich selber sorgen können, die sich selber beschützen können, die sagen können, ich brauche eigentlich keinen Mann, warum solltest du dir dann noch Mühe geben, etwas aus dir zu machen, weil du zum Beispiel, wie unsere Vorfahren oder so Großeltern, weil du weißt, okay, ich habe Frau und Kind zu Hause, ich muss die versorgen können. Oder ich habe noch keins, aber ich möchte eins haben demnächst, also muss ich was machen, damit ich in zwei, drei, vier Jahren, wenn ich dann eine Familie habe, sie versorgen kann. Und ja, das ist natürlich gut für die Männer, die trotzdem aus Eigenmotivation was machen, weil die haben natürlich dann mehr Auswahl. Aber am Ende des Tages kommt es sowohl den Männern als auch den Frauen nicht zugute, weil dann hast du die Männer, die natürlich nichts abkriegen oder sehr schwer was abkriegen und dann hast du natürlich aber auch die Frauen, die zum Beispiel sagen, ich möchte nicht einen Mann mit zehn anderen Frauen teilen. Sondern heißt es halt, okay, wo sind denn die ganzen guten Männer hin, beziehungsweise wo sind die richtigen Männer hin? Na, die Frage ist, also an und für sich, es wird ja von Medien wird es ja immer wieder so suggeriert, dass der Mann eigentlich überflüssig sind und die Witze über, naja, Männer sind ja doch recht populär, aber ich verstehe den Grundgedanken halt nicht so ganz, denn aus meiner Perspektive werden ja Männer genauso noch gebraucht wie vorher oder das zeigt sich ja auch überall, dass es eben so ist, vielleicht nur, vielleicht ist das zwanghafte Brauchen nur irgendwo weg, weil die Gesellschaft jetzt eine andere ist. Vorher zwanghaftes Brauchen ist ja zum Beispiel zum Sichern der Grenzen oder zum Versorgen oder ähnliches und jetzt ist trotzdem das Brauchen noch da, weil männliche Qualitäten genauso wichtig sind, aber das zwanghafte vielleicht weg. Ja gut, aber die männlichen Qualitäten, auch wenn die wichtig sind, werden ja nicht mehr gefördert. Ich frage dich mal was, wenn ich dich jetzt frage, was gibt es denn heute für männliche Vorbilder, wo du sagen würdest, die und die und die Person fallen mir jetzt ein, wo ich sagen würde, das ist so, ja, der Urgedanke des Mannes, des Maskulinen, das fällt mir jetzt sofort ein, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt verstehen, dass da die Jungs von heute oder die Jungen von heute sagen, boah, das ist so ein Vorbild. Ja, schwierig, da würde ich wirklich so 50 Jahre aufwärts gehen, dort würden mir dann Vorbilder einfallen, also wahrscheinlich noch, noch, Wer denn? Das ist jetzt schon ganz weit, also Arnold Schwarzenegger hat mir immer so, ja, 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 aber die sind ja jetzt weg, das sind ja, das sind jetzt keine, also unsere Vorbilder, also aus unserer Zeit, das ist mir letztens aufgefallen, als mich jemand gefragt hat, was hast du früher für Filme geschaut und dann dachte ich mir so, habe ich aufgedacht, ich mir so, krass, ich hatte so viele, also so Männer, ne, wo du, ich meine, das sind jetzt Rollen, die die gespielt haben, aber trotzdem, ich meine, klar gibt es heutzutage auch ab und zu mal vielleicht mal so eine Rolle, wo du sagst, hat jetzt jemand einen Mann gespielt, aber das sind halt nur Schauspieler, die jetzt nur in dem Moment in dieser Rolle sind, aber wie du gesagt hast, du wusstest, ein Schwarzenegger-Film, das ist immer so mit Muskeln und und so, ne, und Kraft und so Sprüche, oder Stallone oder Van Damme, oder ne, das waren sie immer so, als junger Mann gesagt hast, boah, ich will so in die Richtung gehen, oder du hattest auch, oder du hattest halt auch so andere, so Bud Spencer und Terrence Hill, das müssen jetzt nicht immer diese Testosteron-geladenen Dinge sein, aber du hattest schon so diese, diese Figuren, wo du sagst, boah, das ist so männlich, das ist so kämpfen und das, was so Männer halt ausmacht. Also heute haben wir, ich meine, es ist der Law, ich meine, die von vorher, die leben ja immer noch, aber die haben ja keinen, die sind ja in der Gesellschaft jetzt nicht mehr großartig, was macht denn noch Arno Schwarzenegger? Also die letzten Filme, die ich jetzt von ihm gesehen habe, der ist auch komplett durchgeweicht, ne, also das ist jetzt nicht mehr so, das ist von früher und ansonsten sind es jetzt nur so Nebendarsteller, die hatten ja schon ihre Zeit, aber wenn du jetzt mal dich so fragen würdest, wer ist denn so, der dir aufpoppt, wo du sagst, ja, das ist noch so jemand, wo man sagen kann, du bist ein richtiger Mann. Ich gebe dir völlig recht, also die Filme haben ja auch, weil du gerade gesagt hast, früher gab es so Filme, die so das männliche Ideal irgendwo verkörpert haben, die Filme haben ja auch einen Heldencharakter verloren. Ich glaube, die waren echt hoch inspirierend für Jungs damals gewesen, wirklich irgendwie was mit sich anzufangen oder anfangen zu trainieren und dann wirklich richtig zu trainieren, Kampfsport zu machen, was auch immer, dass der Power oder der Antrieb, der da da war, der Vibe, der da mit in den Film geflossen ist, der ist weg. Ja, weil es ja heutzutage toxisch ist. Also sobald du so Filme siehst, wo sowas so ein bisschen in die Richtung geht, dann heißt es immer so, ja, diese toxische Männlichkeit, die dann, sage ich so, gezeigt worden ist. Genau, deswegen war es ja auch für Andrew Tate so einfach, so viel Fame oder so einen Zuspruch zu bekommen, weil er halt auch keine Konkurrenz hatte. Also wenn er vor, ich glaube, wenn er vor 40 Jahren irgendwie aufgeploppt wäre, hätte es niemanden Interesse. Also es wäre so eine Figur unter vielen gewesen. Aber dadurch, dass er halt jetzt nicht so wirklich viel Konkurrenz hatte, was so Männlichkeit angeht, was jetzt so männliche Präsenz angeht, war es halt so einfach für ihn da so viele Männer zu begeistern. Ja, weil er ja sehr charismatisch war in dem. Genau, aber ansonsten alles, alles Vorbildhafte, was immer wieder einem so ins Gesicht gepresst wird, ohne Ende, sind halt nur Frauen. Die starke, unabhängige Heldin, die auf einmal da ist und alles regeln kann und die Bösewichte oder die Männer sind halt meistens irgendwelche Waschlappen, die halt da so hinterherlaufen, oder sind halt die Bösewichte. Ja, das Schwierige ist halt, dass ja nicht mal die Frauen, also ja, doch, die werden prädestiniert dargestellt in den Rollen, aber ich finde ja nicht mal das Bild erstrebenswert unbedingt. Also ich mag schon, wenn hinter einer Frau eine Stärke ist oder wenn die Power hat, aber die haben teilweise was sehr Hattes, was sehr Unempathisches in ihren Rollen. Ja, weil es in erster Linie darum geht, Hauptsache, wir zeigen, dass Frauen genauso gut sein können wie Männer. Ich meine, in unserer Zeit, also ich bin in den 80ern, 90ern aufgewachsen, es gab auch Filme mit weiblichen Hauptrollen, die super gut waren, wo man gesagt hat, oh, das ist eine starke Frau, also Alien oder Terminator oder Halloween, also das sind ja alles so weibliche Hauptrollen, wo man gesagt hat, boah, das waren jetzt so starke Frauen und es waren auch gute Filme, also wo du sagst, hey, das gucke ich mir gerne an. Also heute muss ich bei 95, also bei fast 99 Prozent in meinem Kopf schütteln, weil ich aber auch weiß, okay, da ist eine Agenda, da wird mir gerade was so reingedrückt. Sie muss schwarz sein, sie muss eine Lesbe sein, sie dominiert, sie lässt sich von niemandem was sagen, sie lässt irgendwelche Patriarchatsprüche raus, so nachdem, ja, genau, das nervt halt, weil du auch, weil du dann, weil du, weil es dir dann auch so ein bisschen die Laune vermisst, jedes Mal, wenn du halt so einen Film guckst und du merkst, oh, da geht es in eine gute Richtung und dann kommt so von der Seite irgendwas, wo du sagst, so, muss jetzt nicht sein, hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, aber weiß ich nicht, so und worauf ich hinaus wollte ist, Frauen werden halt gefördert, aber Männer werden, also richtige Männlichkeit wird halt nicht mehr gerne gesehen, natürlich, na, weil es natürlich toxisch ist, aber wird halt auch nicht mehr gefördert, großartig. Deswegen, deswegen auch die Frage, was haben wir da, also was haben, welche Vorbilder haben denn Jungs von heute, zu denen sie hinaufschauen können oder wo sie sich vielleicht was rausnehmen können? Ja, es ist wirklich schwierig, also die können sich einfach ihr eigenes Vorbild schaffen, irgendwie an den Filmen von die es da so gibt orientieren, nur da fehlt ja auch der Zugang, weil es ja einfach eine ganz andere Generation ist, also ich bin echt gespannt auf den Wandel, der da ist. Ja, also an alte Filme kannst du dich ja orientieren, weil du die ja nicht sehen wirst. Also ich habe zu meiner Zeit, da habe ich mich auch nicht hingegocken und habe gesagt, ich gucke mir jetzt irgendwelche Western aus den 60ern an oder du guckst ja immer das, was gerade so in ist, was die Leute oder was die, oder du wirst von deinen Eltern, es kann ja auch sein, also mein Bruder hat oft mit meinem Papa so Bud Spencer oder so angeht. Okay, ja genau, ja gut, okay, aber die heutigen Eltern sozusagen, die wachsen ja auch dann mit den Sachen auch, also das wären ja so in meinem Alter so mehr oder weniger, die dann Kinder haben und ich meine, auch in den Kinderfilmen und so ist ja auch mittlerweile so ein bisschen vorgedrungen, dass da so Geschlechter so gleichgesetzt werden und auch so das Thema Trans und so natürlich auch, habe ich auch schon gesehen, dass da so eine männliche Kuh ist, die aber dann sagt, ich identifiziere mich nicht als Mann oder, also ja, das ist dann so, wo ich dann mir denke, was dann aber auch sehr interessant ist, weil am Ende sind es ja auch nur so, Randgruppen, die aber dann so viel Macht mittlerweile haben, dass du dir halt dann so, dass du dir dann auch so denkst, okay, aber mal gucken, wie lange das noch gehen wird, weil die, die, die ganzen Filmstudios werden ja mittlerweile abgestraft, also Disney hat ja schon Millionen Verluste gemacht, durch diesen, und Marvel, durch diese ganzen Filme, die sie ja jetzt gedreht haben, wo sie auch dieses Racial Swapping machen, ne, auf einmal, Schattenmann ist eine Frau und wo sie auf einmal nur noch Superhelden dann rausbringen und die guckt halt keiner mehr, weil die aber halt auch sehr, sehr schlecht sind, also das, was ja die meisten, also das Problem ist ja, es geht ja nicht nur darum, das heißt, ja, es sind ja nur Frauen die ganze Zeit, sondern es geht auch darum, dass einfach die Storys richtig schlecht sind, also auch von denen, die jetzt, das nicht durch meine Frauenverachtende, schon wieder eine Frau als Hauptrollebrille sehen, sondern die das ganz neutral sehen und sagen, ich gucke mir einen Film, ich will eine gute Story sehen, die sagen halt auch, das ist der letzte Müll, weil einfach, da gibt es keine Charakterentwicklung, da gibt es gar nichts, es gibt einfach, also sogar die bekommen das Gefühl, okay, die wollten mir da irgendwas aufsetzen und das ist halt Scheiße am Ende geworden und mal gucken, wie es jetzt so in den nächsten Jahren werden wird, es gab ja, kennst du den Film Reacher? Ja, den kenne ich. Die Serie, die Serie? Die Serie ist das, Und die ist ja auch jetzt, also die zweite Staffel kam jetzt irgendwie letztes Jahr raus und die ist ja, ich glaube, von den Zuschauerzahlen oder von Watchtime-Zahlen war die ja so ganz, 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 wirklich ganz weit oben. Ja. Im Vergleich dazu, Prime hat ja, oder Amazon hat ja auch Helle Ringe gedreht, die Serie, falls du es mitbekommen hast. Nee, das habe ich nicht gedacht. Ja, eher besser so, Vollkatastrophe, da haben sie nämlich auch diesen Zug gefahren, wo sie dieses Werk von Tolkien komplett ruiniert haben. Also wirklich, die haben dann schwarze Elfen und, und, ja, und schwarze Zwerge und da gab es einen riesigen Shitstomp aus dieser Tolkien-Community, weil die ja auch gesagt haben, also sorry, aber Tolkien hat ganz genau beschrieben, wie seine Charaktere aussahen und ihr könnt nicht schwarze Zwerge reinmachen, es gibt keine schwarzen Zwerge oder dann haben die, kennst du Helle Ringe? Ja, ich habe die Filme mehrmals Okay, Galadriel, kennst du? Ja, natürlich. So, und die haben natürlich, also in der Serie geht es um Galadriel und die haben natürlich eine Kriegerprinzessin draus hier gemacht, wo sie ja keine Kriegerprinzessin war, ne? Also es geht, ich muss sagen, ich habe versucht, also ich habe mir gedacht so, ich gucke es mir mal an, ich habe die ersten zehn Minuten mir angeguckt und da war so eine Szene, wo sie mit so fünf oder zehn anderen, also Elfen unterwegs war, in so eine Hülle gelandet, da kam so ein riesiger Troll, die zehn Männer haben gegen ihn gekämpft, hatten keine Chance, sie packt ihr Schwert aus, fuchtet dreimal und tot, so, und dann dachte ich mir so, okay, das hat schon gereicht. Genau, die haben dann quasi komplett die Story verändert, damit sie halt aus ihr so eine Kriegerprinzessin machen, hinzu kam natürlich auch noch, dass der Film komplett scheiße, also auch die Effekte und die Kämpfe waren nicht so gut, es gab, es gibt mittlerweile so Videos, die dann den alten, diese Helle-Ringe-Filme mit denen vergleichen und wo sie sagen, ey, guck mal, wie die Schlachten gemacht sind und so, war, und der Film hat eine Milliarde verschlungen für Prime, ja, für Amazon, also Bezos hat da eine Milliarde reingedrückt und er war halt ein Mega-Flop und er war so ein Flop, dass sie am Anfang, du weißt, du kennst doch IMDb, ja, das Internet, genau, und die haben am Anfang die Leute gesperrt, damit sie keine, also jeder, der mehr als, der unter fünf, also der wenige Sterne verteilt hat, den haben sie sofort gelöscht, weil sie halt gesagt haben, ihr könnt nicht so wenig Sterne verteilen, ohne den Film erst vorher gesehen zu haben, weil natürlich sie wussten, der Hass der Community ist halt gigantisch, weil die halt sein Werk ruiniert haben, weil sie auch, weil dann die Schauspieler rauskommen, die haben gesagt, ja, Tolkien zu einer Zeit, rassistisch und Cisman und wir haben das Werk, so wie er es heute geschrieben hätte, haben die es gemacht, so, was ich sagen wollte, ist eine Million Dollar, eine Milliarde Dollar Produktion und die Watchtime von Preacher, der ja viel, viel weniger gekostet hat, war um ein Vielfaches größer und da geht es ja um, hast du die Serie gesehen? Nur so, also ich habe die erste und die zweite angeguckt, also, okay, dann weißt du, es geht um einen großen, starken, maskulinen, proleten, machomäßigen Typen und da merkst du halt, was die Leute halt sehen wollen, da geht es so ein bisschen um Story, dieses übertriebene Maskuline, das feiern auch voll viele und worauf ich hinaus wollte, jemand hat mal gesagt, war auch ein guter Seit, hat gemeint, an sich ist die Serie nicht wirklich gut, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so richtig geil, aber dadurch, dass du halt in den letzten Jahren so viel Schrott gekriegt hast, also war es so einfach, dass die da halt so ein bisschen raus sich kristallisiert und die Leute sagen, endlich mal wieder, einfach so, endlich mal wieder so ein guter, aussehender Mann mit fetten Muskeln, der einfach nur den Leuten sinnlos auf die Fresse haut und dumme Sprüche lässt die ganze Zeit, natürlich haben die auch so ein paar weibliche Sidekicks reingemacht, die natürlich auch ihre Boss-Babe, aber das sind dann so Filme, wo ich sage, man kann nur drüber hinweg schauen, das ist so, ich glaube, Peacemaker, war auch so eine Serie mit John Cena, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber die war auch ganz gut, aber die mussten natürlich dann ihm eine Frau an die Seite stellen, also eine FBI-Agentin, die natürlich eine übergewichtige, fette, schwarze Lesbe war, die natürlich auch, am Anfang sagt sie sogar, ich, mit Waffen, ich möchte damit nichts zu tun haben und dann so mittendrin nimmt sie so eine Pistole und fängt an, irgendwie alle abzuballern, wo ich mir denke so, hä, das macht überhaupt keinen Sinn, aber ist auch egal, aber da konnte, also da kannst du noch hinweg schauen, weil dann ist immer noch der Hauptcharakter ein Mann und das ist auch noch ganz lustig und so, aber das liegt gerade daran, weil du halt so viel Schrott halt immer um die Ohren geworfen bekommst, wo halt am Ende es nicht um eine gute Story geht und eine gute Charakterentwicklung, wie gesagt, um das Geschlecht geht es nicht, sondern es geht einfach darum, zu sagen, ey, Frauen, Frauen in Filmen müssen immer stark dargestellt werden, sie müssen immer die Schlauen sein und wenn sie nicht können, dann werden sie immer von den Männern unterdrückt und das ist halt alles so toxisch und dadurch, dass wir uns nur so auf die Frauen konzentrieren, bleiben natürlich die Männer auf der Strecke und nochmal, die Frage ist, an was sollen sie sich, an sollen sich denn die Jungs von heute orientieren? Ja, das ist, also du hast es ja selber gesagt, letztlich ist es geschlecht egal, es ist die Farbe, es ist letztlich alles egal, wenn die Charakterentwicklung drin ist, wenn es irgendwo Sinn macht und nicht einfach nur eine Ideologie da verfilmt wird und das ist, der Charakter von den Filmen oder auch das Niveau von den Filmen wird immer flacher und wie du schon sagst, Jungs haben keine Inspiration mehr und um erst mal so das Männliche überhaupt kennenzulernen, also ich bin nie ein Junge gewesen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du so dann die Entwicklung hast als Junge, dass es für dich erst mal ganz wichtig ist, so das Ruhe oder ein Junge greift automatisch zur Waffe, also das habe ich bei meinem kleinen Bruder gesehen, meine Mama wollte das erst nicht so, hat er auch gesagt, nee und es sind noch drei Mädels als Geschwister, aber das kam von ihm ganz alleine, das hat ihm jemand irgendwie beigebracht oder so die Autoprummgeräusche, die konnten wir als Mädels einfach gar nicht, das hat er halt so selber, das können Jungs irgendwie anders, na jedenfalls denke ich, dass das ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist, um einfach sich vom Junge zum Mann zu entwickeln, das heißt ja nicht, dass dann das Ganze gewaltverherrlichend wird, sondern einfach, wenn der Wunsch da ist, dann ist eine Inspiration in dem Bereich wirklich. Absolut. Aber wie gesagt, schwierig, wenn die einzigen Vorbilder, die du dir als Mann rausholen kannst, am Ende nur Frauen sind, die halt dann irgendwie, die erzählen wollen, was halt am Ende männlich ist und die, die dir dann erzählen, was wirklich am Ende männlich ist, so mehr oder weniger, die werden halt am Ende verteufelt, weil die dann halt, ja, toxisch männlich sind sozusagen. Um nochmal ganz kurz zu Rollo Tomassi beziehungsweise dem, was er, das habe ich ja bei dir so mitgekriegt, dass er da ja eigentlich auch so Regeln geschrieben hat, denn du zitierst da ja immer mal was, bezieht er in sein Buch, es heißt ja schon Rationale, also, oder? Rationale habe ich gesprochen, ja. Ja, genau, wahrscheinlich. Scheint das so, als ob er ja tatsächlich auf der Verstandesebene bleiben würde, beziehungsweise auch noch so den biologischen Aspekt, bezieht er irgendwo die spirituelle Ebene mit rein, weil das ja, nein, das nicht. Nein, das sagt so, das sagt er immer so, das ist so, Wu-Wu-Magie-Zeugs, das hat nichts mit der Realität, nee, das ist alles nur auf der rationalen Fakten orientiert, nur Fakten zählen, alles andere, was mit Spiritualität, Gott und so zu tun hat, das hat keine, in dem Fall, für das Thema zumindest keine Daseinsberechtigung. Und das sollte man auch nicht vermischen, weil auch das führt dann halt dann zu Problemen. Ja, interessant, weil ich ja schon finde, also, dass das Spirituelle ja doch ein Stück weit mit dazu beiträgt, wie du eine Beziehung, das ist ja dann doch noch mal eine andere Bewusstseinsebene, die da mit einfließt, und verändert ja auch den Blick ein Stück weit auf eine Partnerschaft beispielsweise oder auch auf die eigene Entwicklung. Ja, aber die Frage ist dann immer so ein bisschen, also ich habe nichts dagegen, wenn jemand Spiritualität oder auch Religion mit in dieses Thema reinmischt, die Frage ist halt immer so ein bisschen, welche Aufgabe soll sie erfüllen? Und sie soll, also was ich oft merke ist, wenn ich mir auch dann so bestimmte Kandidaten anschaue, die auch vor allem diesen religiösen Trip fahren, dass sie die Religion nehmen und, oder die Spiritualität ist auch egal, und benutzen, um über gewisse Sachen hinweg zu schauen oder sich, oder gewisse Sachen hinweg zu zaubern, wo sie sagen, ja, das ist jetzt aber da anders. Also die Regeln laufen jetzt anders, weil die Frau glaubt jetzt an Gott und jetzt ist sie, und Gott, ne, Hypergamie ist dann, spielt ja keine Rolle mehr, weil sie ist ja jetzt religiös, ne, sowas als Beispiel. Dann finde ich es immer sehr problematisch, ähm, ich meine, ich bin ja auch bis zu einem gewissen Punkt religiös und, ähm, ich, gut, Spiritualität ist jetzt nicht so mein Ding, ne, ich bin auch sehr mehr so rational, ähm, aber, ähm, ich sage immer, Gott oder, oder was auch immer, was auch immer du da reinmischst, wird nicht dafür sorgen, dass Dynamiken oder so, wie die Natur uns erschaffen hat oder so, wie wir funktionieren, dass das, ähm, neutralisiert wird und dass es jetzt auf einmal mit anderen Regeln funktionieren wird oder, oder irgendwie ablaufen wird. Deswegen, solange das nicht passiert, sondern du es nimmst, weil du aus eigener Persönlichkeitsentwicklungsebene daraus was Positives schöpfst oder, ähm, ist dir auf einer gewissen Ebene Kraft gibt, ist es absolut in Ordnung, ne, aber ab, sobald es dann in diese Thematik reingeht, äh, die dann in diese Richtung geht, ähm, ja, nee, jetzt gelten andere Regeln, ne, jetzt Mann oder Frau werden sich das anders benehmen, nur weil sie jetzt, weil jetzt Gott, also die Variable Gott da ist und die wird uns beide in die Hölle schicken, falls wir irgendwie fremd gehen oder sonst irgendwas, dann finde ich das immer sehr, sehr schwer und ich merke und ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr oft, wenn ich so, Konstellationen sehe, die, ähm, die vor allem aus dieser spirituellen oder religiösen Richtung kommen, ich dann sehr merke, dass dann die Männer, also vor allem die Männer dann extrem blauäugig sind, das, ähm, wo ich mir dann so denke, so, oh, das ist so, da, da, die gucken dann wirklich über so alle Red Flags hinweg und sagen sich, ja, ist egal, Gott hat das jetzt oder was auch immer, ne, wir finden schon zusammen und das wird schon dafür sorgen, dass es auch so funktionieren wird und wenn du dir dann die Beziehungen anguckst oder, oder siehst, wie das so funktioniert, dann merkst du, da funktioniert eigentlich gar nichts. Da ist, da ist die Spiritualität oder Religion oder Spiritualität ist dann nur so dieser seidene Faden, an denen es noch so ein bisschen hängt, aber der Rest ist dann, ja. Ja. Interessant. Was möchtest du jetzt noch, ich glaube, weil wir haben ganz viele Themen angeschnitten, was möchtest du so abschließend gern noch an die Männer und auch die Frauen mitgeben? Was ich noch abschließend mitgeben möchte? Ich werde ja alles, wie sie dich finden können, wie sie zu deinen Videos, ach so, ja. Im Content, das werde ich alles verlinken auf jeden Fall, also du wirst zu finden sein, aber welchen Tipp, welche Idee, welchen Ratschlag, welche Inspiration möchtest du noch mitgeben? Männer und Frauen funktionieren zusammen besser als alleine. Das ist schön. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was jedem bewusst sein sollte und, ja, und da, und entsprechend, auch wenn mein Content hier und da mal negativ jemanden ausstoßen sollte, ich bin am Ende dazu da, um zu helfen, das ist so, also dafür mache ich ja die ganzen Sachen. Ich bin, ich bin nicht dazu da, um Männer auf einen Pfad des Hasses zu führen oder dass Männer dann herausfinden, dass alle Frauen schlecht sind, sondern ich bin dafür da, um dir ein Verständnis zu geben, wie die Spielregeln sind. Das ist ja, ich sage ja auch immer wieder, ich bin der Bote, ich sage dir, wie es funktioniert, ich kann nichts dafür, dass es halt so ist, sorry, tut mir leid, ich hätte es auch gerne anders. Also mein, mein Blue Pill geprägtes Ich, was immer noch irgendwo in mir schlummert, was romantisiert ist, hofft auch, dass ab und zu mal Sachen anders funktionieren. Ich war auch, ich habe früher, früher habe ich es öfters gemacht, aber heute auch ab und zu mal, weil ich auch immer wieder natürlich die Sachen, die ich mittlerweile gelernt habe, auch immer wieder testen möchte. Das ist immer noch so. Und das heißt, ich habe auch früher immer so Frauen dann so zu spezifischen Situationen gefragt, weil ich auch immer nach dieser Ausnahme gesucht habe, dass vielleicht bestimmte Sachen vielleicht doch nicht anders funktionieren. Also das ist vielleicht auch, es kann ja sein, dass du hier und da mal einige Frauen findest, die dann anders handeln, so wie du es früher gedacht hast und du dann sagst, ach, jetzt habe ich, jetzt kann ich sagen, es kann so oder so sein, ist situationsabhängig. Deswegen teste ich auch immer dort und gucke dann so, was sind jetzt so die Antworten, habe ich immer noch recht oder habe ich jetzt die Ausnahmen gefunden, aber habe ich bis heute noch nicht gefunden. Also immer wieder komme ich immer wieder an diesen selben Punkt zurück, wo ich sage, und schon wieder sind sie alle gleich. Aber ungeacht dessen, am Ende geht es darum, dass ich den Leuten gewisse Werkzeuge in die Hand geben möchte, um am Ende ihnen die Möglichkeit zu geben oder die Hilfe zu geben, und dass sie das bekommen, was sie ja haben möchten. Und in erster Linie geht es ja bei der Thematik dann darum, dass sie es einfacher im Dating haben und nicht, dass sie sich vom anderen Geschlecht distanzieren. Ja. Weil auch hier, das andere Geschlecht, also das entsprechende Geschlecht kann nichts dafür, dass es halt so ist, wie es ist. Es ist jetzt nicht so, dass Frauen jetzt rausgehen und bewusst sich denken, ich suche mir jetzt einen, aber nebenbei halte ich noch Ausschau, weil sobald der nächste da ist, springe ich dann sofort auf den nächsten Zug drauf. Sondern am Ende sind es unterbewusste Prozesse, die einfach ablaufen und es geht um das Verständnis. Und wenn du es verstanden hast, dann kannst du auch, wenn du die Spielregeln verstanden hast, dann kannst du auch so spielen, dass du halt auch gewinnst. Aber wenn du sagst, ich möchte nicht nach den Spielregeln spielen, dann musst du dich halt auch nicht wundern, dass es halt nicht funktioniert. Und am Ende, egal, ob es gut oder schlecht läuft, am Ende des Tages sind wir zusammen, sind Mann und Frau zusammen besser dran, wenn sie zusammenfinden, auch wenn es nur kurzfristig ist. Wie gesagt, ich bin eh der Meinung, man ist nicht für die Ewigkeit geschaffen, als wie wenn wir jetzt irgendwie da alleine versuchen, uns durchzuschlagen. Weil was wäre denn dann die Option? Auf der Männerseite Pornos und irgendwelche VR-Brillen und auf der anderen Seite Katzen und was hast du vorhin gesagt? AI, hier, Texte. Texte, ja. Richtig schöner Satz. Danke, Speros. Gerne.